Tetschnik, der ganze Tetschnik-Aufbau, da ist Twitch, da seid ihr, ihr seid jetzt quasi auch der Chat im Chat, wo lustig ist. Da ist unser Spiel, da ist das Mikro, was wir uns gerade teilen, weil wir, äh, ein bisschen traurig eigentlich, ne? Ja, wir sind halt mega Pro, genau, und, ähm, jetzt kann ich euch gar nicht irgendwo cool positionieren und einfach mal laufen lassen. Ja, ich versuch das gerade. Achso, doch, warte mal, ich kann euch hier rein theoretisch in den Schädel stellen, dann könnte man ja das irgendwie so... Das heißt, wenn wir zwei Livestreams anlaufen. Funktioniert das so? Warte mal kurz, ich seh blöderweise, ne, das war eine scheiß Idee. Muss noch eine bessere Idee ausklügeln. Frodo, hilf! Warte, aber hier bin ich. Neat idea. Aber hier bin ich? Oh mein Gott, perfekt geteilt. Was sagst du? Oh, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Was denn? Wenn du dir meine, meine Sicht der Dinge mal anguckst, äh, warte, deine Sicht der Dinge? Dann siehst du, wie ich meine Waffe sehe, oder? Ich seh... Ja, meine Waffe ist starr, aber die Figur wackelt die ganze Zeit rum. Nee, gar nicht, deine Waffe wackelt auch. Nein, das ist... Ist Fakt. Das macht mich so kaputt, dass das jetzt quasi wirklich einfach... Wir müssen jetzt, guck mal hier, ihr könnt mich jetzt auch nochmal... Das gleiche im Livestream, was irgendwie total, total paranoid ist. Also, Florian, jetzt, jetzt reicht's aber langsam, ne? Langsam wird's paranoid, sagst du. Ach, weißt du, was geil ist? Äh, das filmt das Grüne und keyt mich raus. Also man sieht jetzt tatsächlich eben im Handy auch das Spiel. Ach so, das ist ja lustig, weil auf deinem Handy-Display, was natürlich wieder keiner sieht, ist... Geil! Was denn? Ach so, wenn du jetzt also weiter rüber gehst, würde man im Handy-Display... Ja. Das ist ja sehr, sehr cool. Das ist mega lustig, aufgrund des Grüns. Ich würde euch gerne irgendwo hinpacken, aber ich habe leider jetzt gerade keine Möglichkeit. Kann ich euch hier irgendwie hinstellen, sonst bringt euch alles überhaupt nichts. Gut. Dann, äh... Hatten wir schon mal auf jeden Fall... Ach so, hier, übrigens, unser Büro. Wow, dann habt ihr das mal gesehen. Willkommen im Büro. Senpai, der Baum! Und die Tiki-Bar. Und die Tiki-Bar. Auf DOOM! Da ist halt noch nichts fertig. Und wir... Wir sind produktiv wie je und je, weil wir wollten heute eigentlich auf jeden Fall noch was schaffen. Und was tun wir? Live-Stream. Obwohl das ja an Technik... Ja, das war... ...herausfinden, welche Technik wir am besten irgendwie machen. Und Frodo winkt nochmal. Gut, Periscope-Ende. Wir machen jetzt auf Twitch weiter. Auf... Wieder... Tschüss. I'm very much... Oh shit, das war du. I'm so verwirrt. Vielleicht siehst du ja Dinge, die ich nicht sehe. Nananananan... So, jetzt können wir eigentlich wieder wehen. Ähm... Ja, äh... Ja. Hallo. Könnt ihr erst doch... Oh, na gut, da hätte man ja wohl drauf zum Kommen. Ah, da... Was denn? Warte mal. Und dann landet man... Ah, du musst gehen mal, gehen mal bitte durch. Warte, gehen mal bitte hier hin. Hier, ne, da hin. Da drüben. Ja. Und dann schießt du eins auf diese schräge rechts. Da müsste rechts unten so eine schräge sein, ne? So ein Katar, so eine... Ja, ist ja hier, da. Und eine müsste irgendwo unten sein, glaube ich. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Das funktioniert nicht. Weißt du was? What? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin da. Da oben. Ach, guck mal da. Oh, krass, hier ist ein Kopf. Was hat der gemacht? Nix. Ach doch, wow, krass, jetzt kommt mir noch ein Cubiter her. Oh, 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 oh. Schön gefangen. Ich habe nichts gemacht. Bitteschön. Dankeschön. Ihr Würfel. Nein Würfel. Hallo Würfel. er ist du bist du bist so jetzt muss ich dir quasi gerne mitbauen n auch gern sie sich zurück und aus der Korte muss erst nach links gehen und da hochkommen links oben und ein paar ging mir was auf das Recht des Körpers vorliegt die Leidenschaften der Fähigkeiten die Zeigen so viel ordentlich war aber auch noch mal als siehe die Nähe er ist der Klammer noch ein Mokko kaputtiert der Nachbar wie das was ich denke noch knapp drücken Hapsch gemacht. Kommt ein Würfel. Ah ja, der fliegt da... Sehr gut. Drück mal nochmal. Der fliegt... Nicht weit genug, oder? Nee. Das heißt, man muss ihn in der Luft fangen. Nee, wie soll ich das? Hä? Wie soll das gehen? Wollte ich nicht. Das Ding... Boah, meinst du, man muss das so tun? Klatsch, aber das Ding klatscht dich nicht da. Jetzt kann ich... Nee. Also, ich könnte ihn dann quasi, wenn er rauskommt, und ich hier... Ich muss nochmal rausspringen, wo ich lande. So, wir werden los. Ah! Warte. Genau. Und jetzt musst du ihn einfach... So, du musst jetzt wieder rüber gehen. Ich drück den Knopf. Ist halt die Frage, wann du los springst, ne? Ich versuche... Ja, das müssen wir nochmal rauskriegen. Drück mal bitte. Ich drück mal, und dann... Jetzt am besten. Ja, du bist... Nee, du hättest schon vorhin. Nee, ich weiß. Ich wollte gucken, wie er... Alles läuft wunderbar. Okay. Okay, dann lauf mal los. Ja. Hast du? Ja. Und go. Und... Jetzt ungefähr. Nice! Nice! Ah, da. Oh du Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja, gut. Großartig. Hä, wo bist du denn gelandet? Äh... Wieder auf so nem... Auf so nem Kackding. Warte. Oh krass, wie hab ich denn... Wann hab ich denn... Gedrückt? Ich weiß nicht... Wie, wann hab ich... So. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass ich mich bewegt habe. Ah, okay. Ja, ja. Sag go. Ja, mach mal go. Ähm, jetzt glaube ich nicht mehr. Ah, ganz krass. Aber es geht einfach weiter. Nee, kommt einfach weiter. Das müsste jetzt aber funktionieren, ganz knapp. Yay! Alle jetzt kommen runter. So. Hallo. Ah, jetzt mit dem Cubed er wahrscheinlich rüber. Genau. Du zuerst. Heppa. Heppa. Please don't die. I don't die. I can win you. I can win you. Yes, the door is open. Und zum Abschluss des Tests. Tests? Ja. Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Das klingt am besten normal aus. Oh no, I'll die. Unser Nightbot zählt seit neuestem wie lange wir schon streamen? Das macht er schon ganz lange. Man muss nur das richtige, äh, ich glaube Uptime oder Upstream ist das Command dazu. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Ja. Was heißt denn das hier? Vielleicht hilft das. Was? Der hier. Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ja. Okay, also man muss definitiv da gegen die Dinger gegen Ditschen. Also man klatscht gegen... Ja, ich würde sagen wir müssen gemeinsam dagegen klatschen. Also? Und legt und legt. Oh sorry, ich hab... So. Ja, wollen wir probieren? Ich nehm den hier. Okay. Okay. Ich wollte nur gucken was passiert. Ja man, haut da auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ja man, hat auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit. Na dann eins, zwei und hopp. Yay! Das war einfach. Das war einfach. So. Da ist Krieg. Amal schuhe. Da ist die Krieg. Da ist die Krieg. Da ist die Krieg. Da ist die Krieg. Was ist das hier? Keiner weiß es. Was hast du getan? Okay. Nein. Nein, nein. Ich will nicht. Ja, die scheinen überall zu sein. Ich hab das Gefühl, die kommen so ein bisschen auf uns zu. Ja. Ja, die sind hier... Die sind hier everywhere. Ey, das ist ja voll der Shit. Ja. Da oben ist nochmal so ne... So ne Plattform, die einen drüber hämmert. Boah, Alter, what the fuck? So, ich spiel mal durch. Ja, was triffst du denn damit? Ist die Frage. Dich. Ja, warum? So und so. Hm. Fieße auch weg. Schade. Schade. Ich hab mich jetzt gerade echt nicht... Du ist hier ganz stupid. Ja. Hahaha. Hat dich getroffen. Iiiihihi. Iiiihihi. Was passiert nicht, wenn ich den hier drin lasse? Hier, schenk ich euch. Uah! What the fuck? Passiert nix. Aber was man treffen muss, ist das Ding da oben offensichtlich. Was ist das hier eigentlich für ein Knopf? Was ist das für ein komischer Knopf hier? Ne, eigentlich... Oh, we are dumb. We are very dumb people. We are so dumb. I am excuse for dumb. No, this is my... Oh man. Achtung, bist du weg? Hey, fire the laser! Aber shoot, äh, geht nicht. Try dies. Das geht auch nicht. Doch, das ging. Ja, aber nur, wenn ich mich festhalte. Ja, da musst du dich festhalten. Aber was passiert? Ja, da musst du dich halt eben mal Opfer des Team. Was passiert in der Zeit denn? Na, hier der Faschow, auf dem ich stehen getroffen. Dann mach mal los. Okay, okay, ja, ich bin oben. Äh, das war's schon. Ja, vielleicht... Wie, das war's jetzt? Hä? Nun, dann steht man... Ja, aber dann steht man da oben und dann kann man wenigstens hier runterspringen. Wo fährt der denn hin? Ah, ich hab da ne Idee. Wo fährt der denn hin? Hoch einfach nur, aber ich glaub ich weiß warum. Ne, wo der, wo der hin? Wo der hin? Hoch fährt der. Da hin, wo du gerade sagst. Ja, ja, ja. So, der fährt einfach nur hoch und dann spring ich runter, lande, komm da drüben raus, knall gegen das Ding und wird hoffentlich rüberkatapultiert. Hoffentlich. Du kannst es schärfen. Du musst es so lange wie möglich aushalten, ne? Ey, jetzt hab ich hier nur noch zwei. Ne, dann nicht. Ach, Mann ey. Das muss schneller sein. Jetzt bist du heute auch wieder dabei heute Abend. Ihr sieh, ihr sieh, ihr sieh, bitte, ihr sieh, bitte antwortet mir, ihr sieh. Ihr wart, bis. Please, ja. Ich kann überhaupt nicht machen. Da ist gar kein Idiot. Ich hätte noch ein Portal sitzen müssen. Ja, stimmt, du. Ja, ne, 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 ich hab meine halt weggemacht, ne? Nichts! Ich sitze mit mir jetzt beim Spiel. Ja, 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 Bar amor! Ich bin hier, Jürgen. Ich bin hier. Ja, ja, ja. Halt, 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 halt. Ja, ja, ja. Halt, 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 halt. Ja, ja. Well, that does not work. No. Wir weg, wir weg, wir weg, wir weg, wir weg, wir weg. Jesse, wir wissen, was wir von ihr wollen. Wir wollten nur wissen, ob du heute Abend mit am Start bist. Warum hat das nicht funktioniert? Ja, das ist eine gute... Hör! Lol. Äh, du bist von da gefallen? Nja. Nja, dagegen wirklich geschossen. Nja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert hat. Boah, Alter, ich weiß es nicht. Komm, jetzt probierst du es gleich nochmal. Vielleicht bist du ja einfach leichter auch. Äh, ich glaube nicht. Na, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir müssen es ausprobieren. Schau, also jetzt ziehe ich das Ding auf. Schieß mit dem Laser da durch. Ja. Ja. Hö, 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 hö. Spreng! Spreng, du Sack! Ich bin dabei, ich bin dabei. Well, no, that did not work. Aber ist vielleicht auch eine Millimeter Sache. Also wir probieren es nochmal. Ich glaube, der Weg ist der korrekte. Oh nein! Wie du? Hier ist einer. Let's try again. Oh Gott, ich würde mich gerne nach hinten umdrehen, wie schlimm das ist. So. Ach. Ne, fehlen so wieder ein Millimeter. Hm. Muss man die Portale, kann man die, kann man auch nicht, ne, die kann man auch keinen Millimeter höher ansetzen. Ne, ne, ne. Immer gleich. Ne, ich glaube, dass es das ist. Probier auch nochmal. Ja, ne, jetzt nicht. Aber du fliegst doch auch vor durch den Laser durch, oder? Ne, du fliegst am Laser vorbei. Ey. Mann, 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 Mann. Oh, nee, nee, nee. So. Hier kommt Superfruit mit seinem Laser. Oh nein. Oh nein. Triff. Triff. Triff ihn doch. Ja. Es war so nah, weil mein Portale ist ein Schicksal. Sprich hoch dabei.